Willkommen zurück zu Skyrim. Beim letzten Mal sind wir ja so ein bisschen abgestürzt und ja, auch heute hatte ich schon wieder so ein paar kleine Probleme hier mit dem Starten des Spiels und deswegen, naja, mal gucken, wie lange es heute hält oder es gesagt wird, ja hier, ne, wir können nicht weiterspielen, weil, äh, doof und so. Aber mal gucken, wir schaffen das schon irgendwie, so ein Stückchen noch weiter zu kommen. Ja, gut, so nicht. Nicht, wenn ich sterbe, das stimmt. Gut, es fängt schon gut an, ne, aber es ist, es ist, es ist wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so wow ist es einfach nur. Ja, ich möchte gerne morgen sterben hier. So, drauf da, drauf da. Aua. Ja, super. Gibt die Jahre getroffen hier. Gehst du wohl, wo du wohnst, danke. Du hast ihn ja gar nicht getötet, geht die Jahre. Mach mal. Ist das doch nicht wahr hier. Burn, baby, burn. Geht doch. So, was hast du denn Feines dabei? 84 Gold, ja, das ist schon mal, schon mal ganz nett, aber es geht besser. 4 Gold, ja, das ist ja echt, äh, lächerlich, nicht lächerlich. So, ich geh jetzt nicht durch den Spinneneingang hier, ich geh jetzt mal hier rüber. Ob das jetzt die bessere Wahl war, wage ich zu bezweifeln. Besonders, weil ich hab ja so viele Magierresistenzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, verheilen, heil dich, verdammt, heil dich. Besonders toll, wenn du jetzt hier erstmal am Schwimmen bist. Geh mal irgendwo, hierhin, wo wir stehen können. Bist nehmen wir die Treppe kurz drauf. Na, heilen. Gibt die Jahre, macht das schon. Und nicht, wenn, wenn der erstmal schwimmen geht. Ist halt schlecht. So, wo ist er denn? Jetzt schwimmt er jetzt echt bis hierhin? Er flieht sogar noch. Du Narr. Es gibt keine Flucht. So, es ist ein Feines dabei hier, wenn du schon am Fliegen bist. 58 Gold, ja, okay. Ist genehmigt. Nehme ich ausnahmsweise mit, weil es wertvoll ist. So. Dann wollen wir mal weitergucken, was wir noch so schönes finden. Oder wen wir schönes finden. Wir müssen ja immer noch Gollum Ida irgendwie finden oder beschatten. Na, das ist ja unsere Quest, warum, wieso, weshalb wir eigentlich hier sind. Ja, aber alles nicht so einfach, wenn das Spiel seine Macken hat. Nein, hier ist niemand. Ja, falsch gedacht. 300.000 Fallen, die ich auslöse, was aber alles gar nicht schlimm ist, weil... ...kümmert ja eh keinen hier. So, wir kommen näher. Och, och, wo kommt ihr denn her? Ja, sagt mal, wo kommt ihr denn her? Aus der Höhle, bitte sehr. Ja, komm. Geh sterben. Geh sterben. 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 Schwimmt er da hinten irgendwo lang? Geht die Haare, spiel nicht mit denen rum. So va. Sieht aus wie Lydia, so ein bisschen. So, war ich gerade verwirrt. Hau ich jetzt da drauf? Ja, nein, vielleicht. Oder magst du Bratwurst? Aber weder noch. Komm, hau drauf. Ja, du sollst dich abblocken hier. Was soll denn das? Kommen wir da hin? Hey. Ich hab voll geblockt. Aua, ich hab voll geblockt. Muss ich hier jetzt wieder irgendwo lang schwimmen? Da jetzt irgendwie hochzukommen? Hier kann ich hochgehen. Heile mich natürlich mal wieder. Weil ohne Heilung geht ja nicht. Geht die Haare, kämpft da immer fleißig weiter. Macht alles tot. Wenn einer kämpfen kann, dann ist sie es. Ich bin ja auch so ein toller Held. Ich schieb die Frauen vor. Ich bin so ein Drachengeborener. So ein Drachenbruch. Uah. Ja, ich weiß auch nicht, was jetzt diese Heile soll. Aua. Geht die Haare, geh mal. Mach mal. Diese Böse, die haben mir einen Pfeil ins Knie geschossen hier. Mach mal. Tu mal was für dein Geld. Jetzt sag nicht, du kriegst kein Geld. Und da ist Kolumai. Was ist mit dir? Oh. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte Merser alles erzählen. Wirklich. Bitte. Er wird mich töten lassen. Hm. 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 Sprecht sofort, sonst hat euer letztes Schünklein geschlagen. Nein, bitte. Das muss doch nicht sein. Ich erzähle euch alles. Ja, dann los. Ihr Name ist Karnea. Er sagt den Namen, als müsste ich ihn kennen. Merser hat euch nie von ihr erzählt? Karnea ist die Diebin, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Jetzt hat sie es auf Merser abgesehen. Und ihr helft ihr? Nein, nein. Schaut, ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Bitte, ihr müsst mir glauben. Und wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur. Zum Anfang des Endes. Ihr nehmt die Besitzurkunde von gut goldem Glanz als Beweis. Sagt Merser, dass ich für ihn lebend mehr wert bin als tot. Wer will nicht? Sag ich dir, wer will nicht? So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Fleisch. Nee, Fleisch. Wer braucht denn schon Fleisch? Ein Hebel. Hat sich irgendwie so angehört, als hätte sich irgendwo was geöffnet. Hier haben wir eine Truhe. Müssen wir mal gucken, wie wir die am besten aufschließen. Oh, das ist schon fast okay. Ja, fast. Das geht besser. Nein. Nein, das war auch zu viel. Aber zumindest sind wir jetzt schon mal ein Stückchen weiter, wenn wir jetzt noch eben mal abspeichern können. Hätte ich eigentlich gleich machen sollen, aber okay. Alter. Denken Sie, ich kriege das hier gerade mal hin? Nee, ne? Fast. Ich lerne das nicht mehr. Ich war noch nie so ein Profi in den Schloss. Knacken hier. Shit. Alter, so knapp. Ey, ist das nicht wahr? Wie Pixel genau soll ich denn da schon wieder arbeiten? Ah, so Pixel genau. Okay. 13 Gold. Wow. All der Stress für 13 Gold. Wollte mich denn voll verarschen. Oh, mal wieder eine größere Truhe. Nee, nicht Experte verlangt, sondern Meister. Yay. Zum Glück habe ich dafür genug Dietriche. So, warte mal. Wollte ich mal so? Nee, das war, glaube ich, zu wenig. So, okay. Läuft. So, wir kriegen da ein tolles Schild. 57 Gold und einen tollen Trank, ey. Hat sich auch so gelohnt. Da ist noch eine Truhe. Ach, ey. Was habt ihr denn noch alles hier? Weißt du, und in so einer nicht abgeschlossenen Truhe sind so viel bessere Sachen als sonst irgendwo. Ah, und dann drei zu viel. Kitty, Ara, komm mal her, hier. Äh, let's Trades haben singt. Nee, ich habe ja so, wo nämlich vorher hier so eine krasse Waffe. Kannst du mal halten. Wenn ich die jetzt finde. Das kann ich ihr gar nicht geben. Das ist für sie zu schwer. Okay. Dann, ähm, kriegst du mal sowas hier. Ohne Christo. Sowas da. Da haben wir immer noch zu viel. Wir haben einfach zu viel Scheiß. Was haben wir denn in Bekleidung hier? Was wir ihr mal geben können. Ist irgendwie ein bisschen was wiegt oder so. Ähm. Nicht irgendwie sehr viel. Aber vielleicht haben wir was unter Sonstiges hier. So Drachenknochen oder sowas. Auch nicht. Ja, aber Hexenkopf. Gut. Dann geben wir ihr halt mal so ein bisschen Schrott hier. Hier vom Watt. Und. Haben wir doch bestimmt noch ein bisschen Watt. Also langsam wird es aber eng mit ihrem Platz, ne? Die Kristallscher müssen wir auch noch besorgen. Ach, Hegi. Habe ich denn hier irgendwas, was ich wegschmeißen kann? Oder benutzen kann? Oder. Frag mich nicht. Schon kacke, wenn man keinen Platz hat hier zum Rennen und so. Hier. Kannst mal haben. So, es reicht aber immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht rennen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas halten. Hier warte. Können doch. Oh Gott, was war denn, was? War Ausdauer, glaube ich, dass die Tragklasse erhöht, ne? Kann das sein? Ja, okay. Gut. Wir hätten ja sowieso ein Level Up, das wir ja noch vergeben mussten. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir es in Magie gegeben. Bevor das Spiel abgestürzt ist. Jetzt haben wir es halt in Ausdauer reingetan, weil... Können wir mehr tragen. So, was haben wir hier? Wow. Ey, diese verschlossenen Truhen lohnen sich einfach nicht. Ich weiß nicht, was es war. Ach, da hinten ist noch so eine. Es hackt. Wow. Ups. Steh im Bild. Gut. Lauf in die Axt rein. So muss es sein. So, komm. Machen wir mal hier... 66 Gold. Die lohnt sich auch mehr als jede verschlossene Truhe hier. Und dann hier einfach mal dran nähren, weil ich es kann. So, und dann spechern wir jetzt einfach mal tatsächlich ab. Und da ist es abgeschmiert beim Abspeichern. Ey, wollt ihr mich verarschen? Die wollen mich einfach verarschen, oder? Es ist doch nicht wahr. Jetzt hoffen wir mal, dass er wenigstens auch tatsächlich abgespeichert hat. Wenn nicht, dann ist es halt schlecht. Es ist, es ist, es ist, wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, wow, es ist einfach nur. Ich überlege echt, ob ich Elder Scrolls zum Ende bringe hier. Und dann entweder halt mit einem anderen Elder Scrolls anfange, oder halt mit Dragon Age, was ich auch mal irgendwann machen wollte. Ne, aber deswegen, mal gucken. Und wir starten am Anfang der Höhle. Ich nehme das jetzt hier nicht extra nochmal auf. Ich werde jetzt offscreen versuchen, irgendwie zu der Stelle zu kommen, wo wir halt jetzt waren. Und, ja. Ne? Das war's. Und dann mal gucken. Nun gut. Also, das ist einfach ärgerlich, ohne Grenzen. Und das nimmt mir auch ziemlich viel von dem ganzen Spielspaß weg. Aber soll's, ne? Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim. Ist jetzt wieder so eine kurze Folge gewesen. Aber halt, ganz ehrlich, wenn es hier ständig abschmiert und sowas, ich mag da nicht unbedingt viel mehr aufnehmen. Ist echt schon eine Qual fast. Und deswegen tut's mir leid. Ich weiß, es gibt einige, die sich halt darüber immer freuen. Hier, Skyrim hier und so, ne? Aber es ist echt anstrengend, wenn's immer wieder am Abschmieren ist. Ich meinte, ich hab Spaß an dem Spiel. Ohne Frage. Aber es ist halt trotzdem ätzend, wenn's hier am Abschmieren ist. Und ich hab's ja schon versucht, ohne Addons und ohne Mods und alles. Und immer wieder passiert irgendwie immer was. Das ist echt ätzend. Aber na gut. Jetzt genug gelabert. Wir sehen uns in der nächsten Skyrim-Folge. Tschüss. Tschüss.